bürgergeld 2023 der regelsatz steigt auf 500 euro mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de ab 2023 soll ja das neue bürgergeld kommen und verschiedene details zum bürgergeld und auch den entsprechenden gesetzlichen vorgaben sind ja schon bekannt gegeben worden aber eben noch nicht die höhe des möglichen neuen regelsatzes bundeskanzler scholz hat am 4 september 2022 ein neues wuchtiges entlastungspaket verkündet unter anderem mit einer strompreisbremse und verschiedenen anderen entlastungen die die gesamte breite der bevölkerung deutschlands wegen der explosionsartig gestiegenen energiekosten erfassen soll und auch entlasten soll und eine wichtige botschaft ich würde schon fast sagen am rande so erwähnt wurde unter anderem vom herrn soll es verkündet 2023 wird ja das neue bürgergeld eingeführt und es soll ab 2023 ein neuer regelsatz für alleinstehende gelten und zwar hat bundeskanzler scholz genau am vierten neunten hierzu die katze aus dem sack gelassen der regelsatz bei einem alleinstehenden beim bürgergeld soll ab 2023 bei rund 500 euro liegen er liegt aktuell bei 449 euro damit ist auch klar dass bedürftige und transferleistungsempfänger ab 2023 mehr geld bekommen ob die entlastung die durch scholz angekündigt worden ist auch tatsächlich dann ausreichend sind ist eine völlig andere frage warten wir die nächsten monate wintermonate 2022 2023 hierzu ab näheres zu diesem thema finden sie auf www rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel